So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke. Mein MMO und damit auch euer MMO hat einen super genialen Artikel gepostet, den ich zufälligerweise gesehen habe und habe gedacht, das guckst du dir jetzt mal an. Hier steht nämlich, wo ist meine Maus? Pokémon GO, Trainer zeigt die nützlichsten Pokémon 2023. Habt ihr sie? Oder habt ihr sie nicht mehr alle? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr sie? Vor allem Trainer zeigt die nützlichsten. Wer ist das denn schon wieder? Kennt er sich denn aus? Wir sehen hier auf jeden Fall einen Dragoran und einen Mewtwo und beide gucken böse. Ich habe auch mal meinen Bildschirm hier drauf. Denn ich will ja nachgucken, ob ich die alle habe und ob ihr die auch habt. Die Monster in Pokémon GO sind unterschiedlich stark und es gibt viele Einsatzmöglichkeiten. Ein Spieler fasst nun zusammen, welche die insgesamt nützlichsten Pokémon im Spiel sind. Was macht ein nützliches Pokémon aus? Es gibt unterschiedliche Faktoren, die man in Pokémon GO berücksichtigen muss. Der Typ eines Monsters spielt eine wichtige Rolle. Ein starkes Feuermonster kann sehr gut gegen Pflanzentypen sein. Verliert er beim Kampf gegen Waza. Dazu kommen Fragen, wie die Geschwindigkeit von Angriffen, die Stärke der Attacken, das Durchhaltevermögen hinsichtlich defensiv werden und Lebenspunkten. Manche Monster sind besonders in Raids stark, andere im PvP, wieder andere sind gute Arena-Verteidiger. Manche eignen sich nur als Eintrag für den Pokédex. Ein Trainer bei Reddit hat diese Faktoren nun zusammengefasst und eine Liste der nützlichsten Monster in Pokémon GO erstellt. Welche sind die insgesamt nützlichsten Pokémon in Pokémon GO? Das ist die Liste. Der User iSportE hat schon Ende August einen ersten Post auf Reddit verfasst, der die insgesamt nützlichsten Pokémon zusammenfasste. Diese Rechnung bekam über die Zeit zwei Updates. Das jüngste stammt vom 30. Dezember. eSportE 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 verteilt in seiner Rechnung Punkte für Faktoren wie Typeneffektivität, die Stärke der Monster in Raids, in der PvP-Liga und als Arena-Verteidiger und fasst diese zusammen. Der User bezieht sich dabei auf Daten der Datenbanken von Pokébattler für Raids, PvP-Poge für PvP und die Stats im Spiel für Arena-Verteidiger. Es wird dabei von Level 50 der Monster ausgegangen. Jetzt gehen wir einfach hier runter und gucken uns die Liste an. Hier steht nämlich, am Ende kommt nach aktuellen Standen die folgende Liste raus. Nach den Berechnungen des Users sind die momentan insgesamt nützlichsten Monster in Pokémon GO folgende. Krypto Mewtwo auf Platz 1. Jetzt wollen wir mal hier rein und lassen wir hier Krypto eingeben. Oder warte mal, wir machen das ganz anders. Du kannst doch hier auch auf mehr anzeigen und dann einfach hier direkt auf Krypto drücken und jetzt einfach Mewtwo eingeben. So. Krypto Mewtwo auf Platz 1. Ich habe ein Krypto Mewtwo auf Level 50. Passt ja perfekt mit Psychoklinge, Psychostoß und Eisstrahl. Ich habe ein zweites Krypto Mewtwo auf Level 50 mit Psychoklinge, Psychostoß und Eisstrahl. Und dann haben wir noch ein drittes. Da habe ich auch noch nichts gemacht. Aber 260 XL. Naja, wenn da nochmal Mewtwo zurückkommt und man ein bisschen XL sammelt, kann man das bestimmt auch hochpushen. IV kann man uns auch mal angucken. 1 Stern, 3 Sterne, 3 Sterne. Die zwei besten habe ich also auf 50 gezogen. Habt ihr auch ein Krypto Mewtwo? Vielleicht auf Level 50 sogar. Schreibt es mal in die Kommentare. Krypto Mammutel steht hier da. Ah. Mammutel. Wir können ja auch mal so hier eingeben. Wieso, wenn ich Mamm eingebe und Entwicklungsreihe anzeigen? Ach, wegen Mammfaxo. Hm. Ich habe ein, das steht gar nicht dran, dass es auf 50 ist. Ich habe ein Mammutel auf 50 mit 3744 mit Pulverschnee Lawine. Da muss ich mal den Tag hier noch dran machen. Level 50. Und das zweite ist auch auf Level 50. Ach so, da ist der Tag aber dran. Also zwei auf Level 50. Ein paar andere Sachen habe ich noch aufgehoben. Also wie bei Krypto Mewtwo auch 2,50er. Hier auch 2,50er. Habt ihr einen Krypto Mammutel auf 50? Schreibt es mal rein. Krypto Lavados steht als nächstes hier da. Lavados habe ich damals mal ein richtig gutes Krypto gehabt. Das habe ich aber leider erlöst. Das war glaube ich ein 96er. Das war ganz am Anfang. Ich habe 100er Legendäre gesammelt. Ich habe das erlöst. Mittlerweile habe ich zwei andere Lavados. Nämlich das hier und das hier. Das ist auf Level 40. Das andere ist auf so wie es gefangen ist. Und wir können es auch mal kurz bewerten. Das ist auch ein 3 Sterne. Würde kein 100er werden. Aber ist trotzdem, wenn ihr das hochzieht, natürlich stark und krass. Das hier ist nur ein Stern. Also gefühlt, die letzten, die kamen, sind die schwächsten. Das ist 3 Sterne. Das reicht. Und das andere ist erlöst. Normalerweise könnte man also 3 Lavados Kryptos haben. Habe ich also auch hier. Passt. Krypto Lavados. Krypto. Despodar. Nehmen wir nochmal auch hier ein. Krypto. Despodar. Bei Krypto Despodar. Ich weiß nicht warum. Habe ich mir mal 1 auf 1,5 gezogen. Für GBL. Was total Quatsch war. Habe aber hier ein 100%. Krypto Despodar auf Level 50 mit 4.335. Mit Katapult Stein Kande benutze ich also als Gesteinsangreifer. Eigentlich eher ist also vierter Platz. Krypto Snibel. Gucken wir mal nach. Wieso Snibel? Eigentlich müsste da Krypto Snibuna stehen. Krypto Snibuna habe ich hier. Nicht hochgezogen. Und hier ein Snibel. Snibel und Snibuna. Sogar ein Shiny. Beides Shiny. Ist für mich. Habe ich irgendwie noch nie benutzt. Noch nie angewandt. Raids. Sonst was. Keine Ahnung. Also Krypto Snibel. Nicht Snibuna. Snibel. Wird wahrscheinlich da bleiben wo es gerade ist. Mammutel. Mammutel allgemein. Warte mal. Ich mache erstmal die Krypto Sachen fertig. Weil ich muss den Krypto Dings sonst rauslöschen. Krypto Dragoran. Ich habe hier einen Krypto Dragoran. Habe ich nie gepusht. Könnte ich eigentlich pushen. Hat nur 369 WP. Und hier sehen wir ein kleines süßes Dratini. Was auch nicht gepusht ist. Also die beziehen sich auf Level 50er. Gut Level 50. Ne ist es nicht. Also meine Level 50er waren oben dabei. Was ist jetzt hier mit Mammutel. 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 Habe ich ein paar mit Pulverschnee Lawine auf 50 gepusht. Okay. Das ist immer eine gute Armee. Gerade gegen Rai Quaser natürlich. Könnt ihr da sehr schön ein Duo Raid immer machen. Trikefalo haben sie aufgeschrieben. Trikefalo. Trikefalo. Gerade auch mit der neuen Attacke. Wo ist sie hier? Wirbler. Der war nämlich alt. Funny. Der ist ja auch Best Buddy. Die hier nicht. Wirbler. Guter Attacke. Guter Unlichtangreifer. Trikefalo. Hat er auch C-Day. Sechser Armee. Am Start. Vielleicht. Trikefalo. Knackrack. Als nächstes. Haben wir hier also auch. Knackrack. Knackrack. Hier Erdkräfte. Erdkräfte. Lehmschuss. Ja. Da ist er auch ein bisschen kompliziert. Manche habe ich hier als Drachenangreifer. Manche als Botenangreifer. Sieht man auch oft in der GBL Meisterliga. Wird mir da das oft entgegengestellt. Mewtwo übrigens auch. Despo da nicht so sehr. Dragoran häufig. Und Knackrack eigentlich fast immer. Knackrack also auch auf Level 50. Sehr gut. Auch als Bodenangreifer und als Drachenangreifer. Als nächstes steht da Rihonjor. Rihonjor. Felswerfer. Seaday Attacke. Level 50. Glücks Rihonjor sogar. Also auch hier am Start. Ist auch ein prächtiges Pokémon. Pokémon. Sieht auf jeden Fall wunderbar aus. Das sind die 10 besten Pokémon allgemein gesprochen. Habt ihr die alle? Habt ihr die alle hochgezogen? Habt ihr die alle auf 50? Fehlt euch noch was? Also ich habe nicht alle auf 50. Ja? Mein Krypto Lavados ist nicht auf 50. Krypto Sneebel nicht auf 50. Krypto Dragoran nicht auf 50. Da sind also noch einige Baustellen. Dann geht die Liste hier aber auch noch weiter. Ist auch aufgelistet. Die nützlichsten Monster pro Typ. Psycho. Auf Platz 1 natürlich Krypto Mewtwo. Bei Kampf auf Platz 1 Krypto Maromai. Maromai. Hab ich damals auch. Hier den Kesto. Ein paar Hunderter auf 50 gezogen. Mittlerweile hat man auch ein paar Kryptos auf 50 gezogen. Weil das auch sehr nützlich ist. Also ihr wisst bei Psycho ist immer noch das beste Krypto Mewtwo. Bei Kampf ist das beste Krypto Maromai. Bei Boden ist das beste Krypto Mammutel. Warum Mammutel und nicht Knackrack? Naja, weil Mammutel halt die Krypto Variante ist. Wenn Krypto Knackrack da wäre, würde das bestimmt das ablösen. Feuer, Krypto Lavados, Elektro, Krypto Zapdos, Gestein, Krypto Despoda, Käfer, Kavalansas. Pflanze, Katagami. Soll ich die jetzt alle noch zeigen? Und alle noch? Ach komm, wir sind eh einmal dabei in dem Video. Also Krypto Mewtwo habt ihr ja gesehen. Krypto Maromai. Seht ihr Krypto Maromutel haben wir euch auch gezeigt. Krypto Lavados habt ihr gesehen. Müssen wir mal Zapdos eingeben. Zapdos. Zapdos. Wo ist ein Krypto? Hier ist ein Krypto Zapdos. Das fliegt bei mir hier unten rum und macht irgendwie gar nichts. Krypto Despoda war Gestein. Haben wir gesehen. Käfer, Kavalansas. Kava. Kavalansas. Da habe ich hier einen Hunderter. Wenn das mal auf 50 wäre, wäre es vielleicht einfach das Beste. Gerade wenn Hooper immer in den Rates ist, nimmt man ja Käfer. Aber das fliegt auch hier unten rum. Habe ich noch nichts mitgemacht. Pflanze. Katagami. War bisher einmal da. Ich habe ein paar Rates gemacht. Nicht zu viele. Und mein bestes, höchstes ist jetzt das. Das ist ein. Wir können mal kurz bewerten. Ein 96er. Mehr habe ich da nicht. Wenn es mal Shiny kommt, kann man da auch mehr Rates machen. Stahl. Krypto Metagross. Stahl. Krypto Metagross. Okay. Ist auch auf 50. Haben wir auch Hunderter auf 50. Passt also auch. Normal. Hytera. Normal. Hytera. Ist auf 50. Aber was machst du damit? Nichts. Fee. Krypto Gardevoir. Jetzt, wie schreibst du das wieder? Garde. Und es geht nicht. Weil auch das falsch ist. Krypto Gardevoir. Guade. Gua. Die haben Gardevoir falsch geschrieben. Und deswegen habe ich es falsch abgeschrieben. Achso. Das ist ein Hunderter. Genau. Hier ist ein Krypto auf 50. Ist kein Hunderter. Also. Krypto Gardevoir. Gift. Megaganger. Können wir jetzt leider nicht zeigen. In seiner natürlichen. Ihr seht es nur im Hintergrund. Dass das mal ein Megaganger ist. Werden sein kann. Hier. Hunderter auf 50. Okay. Passt. Wird in der Megaentwicklung dann auf 4900 kommen. Sieht gut aus. Empfehle ich auch. Geist. Skalabra. Skalabra. Zack. Energieball. Energieball. Hier haben wir Feuerwirbel, Hitzekoller, Spukball. Hat er nicht eine neue Attacke? Ach hier. Poltergeist. Poltergeist war die Sieder-Attacke. Aber ich glaube Poltergeist. 140. War Mist. Weil Spukball ist ja 2x100 sind 200. Also. Skalabra trotzdem gut. Ich glaube Spukball reicht. Poltergeist braucht man nicht. Unlicht. Krypto Despo da. Haben wir gezeigt. Drache. Krypto Dragoran. Haben wir gesehen. Flug. Krypto Lavados. Lavados. Also Flug. Gut. Und auch. Aber Feuer auch gut. Wasser. Krypto. Sumpex. Da habe ich. Glaube ich. Doch hier unten. Da habe ich ein Krypto Sumpex. Und zwar das hier. War auch glaube ich mega schlecht. Ansonsten habe ich ein paar auf 50 gezogen. Mit dem hier auch die mega Entwicklung gemacht. Wie man hier im Hintergrund sieht. Also auch fettes Teil. Und Eis. Krypto. Mammutell. So. Also Mammutell. Mammutell. Bester Boden. Und bester Eis. Klingt auf jeden Fall gut. Was haben wir hier noch in der Liste? Man merkt. Den verbesserten Angriffswert von Krypto Pokemon sollte man nicht vernachlässigen. Fehlen da nicht ein paar Monster? Es fällt auf, dass nicht immer die stärksten Angreifer pro Typ vertreten sind. Auch einige legendäre, die man vielleicht erwarten würde, fehlen. Eisbord E erklärt in seinem Post, dass dies durch das Zusammenfassen der Kategorien zustande kommt. Und einige legendäre Krypto- oder Megamonster verlieren Punkte, weil sie beispielsweise nicht in Arenen eingesetzt werden können oder dort einfach defensiv zu schwach sind. Ja, stand da eigentlich jetzt Drache dabei? Drache, 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 Drache. Drache, Krypto, Dragoran. Okay. Raikwasa taucht nirgendwo auf. Raikwasa war sonst immer Platz 1 von allem. Aber Krypto-Dragoran, ja, ist fett. Kannst du aber nicht in eine Arena setzen. Aber Krypto-Dragoran kannst du schon in eine Arena setzen. Was sind die nützlichsten Monster in Raids? Steht auch noch da. Das ist, glaube ich, dann der letzte Punkt von dem Artikel. Nützliche Monster in Raids. Auch auf die Raids hat der User nochmal genauer geschaut. Schaut man ausschließlich auf den allgemeinen Nutzen in Raids, sieht die Top 10 laut Eisbord E nochmal anders aus. Platz 1 Mega Gengar. Ich wollte den meisten nutzen. Platz 2 Krypto-Mutu. Platz 3 Krypto-Mammutel. Platz 4 Mega Logok. Platz 5 Krypto-Despodar. Platz 6 Mega Glorak-Y. Platz 7 Terrakium. Ist ja jetzt mega stark geworden. Platz 8 Krypto-Sniebel. Ihr braucht nicht Snee-Bunder. Ihr braucht Sneebel. Lest ihr das nicht? Platz 9 Mega Aerodaktyl. Hä? Habe ich noch nie was mitgemacht. Und Platz 10 Mega Banett. Da bin ich komplett raus. Ich glaube ich habe noch nie was mit Mega Banett gemacht. Also Mega Gengar so oft Solo, so oft Duo Raids gemacht. Krypto-Mutu so oft verwendet. Mit Mammutel, Logok, Despodar, Glorak, Terrakium. Gehe ich alles mit von Platz 1 bis 7. Krypto-Sniebel noch nie benutzt. Mega Aerodaktyl und Mega Banett auch noch nie benutzt. Aber habt ihr die alle? Wahrscheinlich schon. Zudem hat der User auch noch speziellere Listen angefertigt. In seinem Post auf Reddit zeigt er Listen verschiedener Typen Effektivitäten, PvP-Monster und Arena-Verteidiger. Außerdem kann man die grundlegende Excel-Tabelle einsehen. Den kompletten Post von iSportE findet ihr hier via Reddit. Wenn dann Link, ich kann den Link ja nochmal reinposten in die Beschreibung und das Video, falls ihr alles nochmal ausführlich sehen wollt. Was in der Rechnung laut dem User allerdings derzeit noch fehlt, ist der Einbezug von der Effektivität gegen Team Rocket. Was sollte man bei diesen Listen beachten? Offensichtlich handelt es sich bei den gezeigten Monstern immer um sehr nützliche und gute Monster. Allerdings sollte man beachten, dass es im Spezialfall dann wieder wichtig ist, auf das richtige Monster zu setzen und beispielsweise bei Raids den Typen einzubeziehen. Wenn ihr eure Raid-Teams für spezielle Bosse zusammenstellt, solltet ihr auf die mächtigsten Angreifer der jeweiligen Typen zurückgreifen. Dabei hilft euch die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO. Dennoch ist es interessant zu sehen, welche Monster-Kategorien übergreifend die nützlichsten sind. Was haltet ihr von der Liste? Könnt ihr die Einschätzungen nachvollziehen? Erzählt es uns in den Kommentaren. So, das gleiche auch für euch. Schreibt es mal rein. Das war das Bild, wunderbar. Hier drunter verbirgt sich jetzt auch ein dickes, fettes, großes Dragoran. Und ich würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, vor falls. Bye. Bye.